Hey Leute und willkommen zu einer Short News Ausgabe Eigentlich wollte ich heute den Ruhetag machen, mal keinen Dragon Ball Legends, mal alles entspannt Und dann Bandai Namco so, hey Rabbit, schau mal Und ich so, nein, darüber will ich reden, denn Leute, Spoiler Alarm, abschalten, wenn du keine Spoiler willst, okay Im neuesten Trailer zu, ähm, zum Dragon Ball Broly Movie Der ja schon am 14.12. in Japan startet Und ich glaube Ende Jänner sogar in deutschen Kinos Leute, guckt mal rein, gebt mal in Google ein, Broly Movie in Deutschland Er wird auch bei euch laufen, ganz einfach, ne Sichert euch Karten, wenn ihr das wollt, im Jänner, Januar, Entschuldigung In Deutschland heißt es ja Januar Und jetzt wurde angekündigt, erstmal nicht so krasse News, ne Wir haben ja schon gesehen, Broly, der Movie Broly kommt in Dragon Ball Xenoverse 2 Und jetzt wurde auch noch angekündigt, Leute, schauen wir mal ganz kurz rein Hier in den Trailer Bäm, Leute, einfach mal so, einfach mal so, Leute Hoppla Und dann Leute, einfach so, Super Saiyajin God Gugeta Angekündigt für Dragon Ball Xenoverse 2 Jetzt festhalten Das heißt, er ist auch im Broly Movie Es gibt einen Super Saiyajin Blue Gugeta im Broly Movie Das ist schon mal ein krasser Spoiler Langsam nerven die Spoiler auch Weil man wird vom Film wahrscheinlich wenig überrascht werden Aber etwas Wichtiges, woran wir reden müssen Vor allem auf meinem Kanal In Dragon Ball Legends wurde Broly angekündigt Broly, es gibt ein Login-Event für Super Saiyajin Broly Oder für Broly halt Und jetzt ist die Frage Kommt in den Broly-Banner Dann auch jetzt schon Super Saiyajin Blue Gugeta? What the fuck? Warum ich so blau bin, ne? Übrigens, das Bild ist blau Kann dieser wirklich auch mit Broly in Dragon Ball Legends released werden? Ich kann es mir vorstellen Wir haben immer schon geglaubt Ne, Black Goku, der kommt in Zukunft Er ist schon da, Black Friday Wir haben immer geglaubt Ah, der normale Gugeta Ah, der kommt irgendwann, ne? Ist schon da Super Saiyajin 3 Goku Ist schon da Alles ist schon da Also warum soll nicht auch dieser sexy Held In Dragon Ball Legends erscheinen im Dezember? Why not? Warum nicht, Leute? Warum nicht auch er? Haut mal in die Kommentare Glaubst du, dass dieser Super Saiyajin Blue Gugeta Auch in Dragon Ball Legends Im gleichen Banner Wie der Broly erscheinen wird? Ich bin gespannt Ich kann mir alles schon vorstellen Denn es ist auch eine große Werbung für den Film Ganz wichtig Und wenn er schon in Dragon Ball Xenoverse kommt Warum nicht auch in Legends? In Dokkan Battle Kann ich es mir genauso vorstellen Why not, Leute? Aber ich will eure Meinung wissen Haut es mal in die Kommentare Finde ich ein krasser Spoiler In Dragon Ball Xenoverse zu 100% ist er dabei In Im Broly Movie ist er dabei Warum nicht auch in Dragon Ball Legends? Leute, eigentlich wollte ich heute kein Video machen Aber diese Short News müssen raus Und heute auf dem Kanal gab es auch schon Ein Pokémon Sammelkarten Opening Hier mit den Karten in der Hand schön Mit Gengar Schaut da gerne rein Und es gab ein Video Dragon Ball Z Und für alle, die es noch immer nicht wissen Auf meinem Zweitkanal Black Rabbit RPG Link in der Videobeschreibung Kam heute eine weitere Folge Leisure Suit Larry Wenn du also beim Point and Click Adventure Weiter zusehen willst Oder bei Rollenspielen Schau auf den Zweitkanal Aber Leute, das war es mit den kurzen News Eure Meinung nun in die Kommentare Lasst ein Abo da haben nichts zu verpassen Hier erfährst du alles als erstes Morgen gibt es wieder ein Dragon Ball Legends Video Viel Spaß Hau rein Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal